Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 15. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 287 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Netflix, Microsoft Launcher, Skype, Shell, smarte Unterhosen, modulare Smartwatch, Google-Bilder-Erkennung, Apple Store vs. Play Store und Augmented Reality. Beginnen wir doch gleich mal mit einer guten und einer weniger guten Neuigkeit. Machen wir es umgekehrt. Zuerst die weniger gute Neuigkeit für Windows 10 Nutzer. Gibt es ein Update für die Netflix App? Da kann man jetzt leider immer noch keine Download-Funktion nutzen, sprich die Filme, Serien runterzuladen und dann vielleicht später im Zug oder Flugzeug, wo auch immer ihr vielleicht nicht so guten Empfang habt, das Ganze anzuschauen, ohne dass ihr eine Netzverbindung habt. Die gute Neuigkeit ist aber, ihr könnt jetzt endlich auch Intro überspringen. Etwas, was ich vor kurzem mal ausgerechnet habe und mir schon viele, viele, viele Stunden, glaube ich sogar drei Tage meines Lebens gekostet hat, alles insgesamt zusammengezählt. Also somit eine sehr, sehr nützliche Funktion. Updatet eure App und seid glücklich und hofft, dass bald auch die Download-Funktion dazu kommt. Das wäre natürlich auch nicht doof. Dann gibt es wieder mal Neuigkeiten, den habe ich ja immer wieder mal mit drin, mit dem Microsoft Lounger. Das ist so ein Facelifting für eure Android-Smartphones, wo die Dinger dann auch gut ausschauen, womit die Dinger dann auch gut ausschauen und ihr eure Dienste, die ihr eh mit Microsoft nutzt, besser und schöner integriert habt ins ganze System. Ich nutze den ja schon seit längerem, schon früher, also noch Arrow hieß, sehr, sehr gern und fleissig. Neu sind jetzt diverse Kleinigkeiten in der Beta leider erst dazugekommen, aber das zeigt schon mal, wohin das es gehen wird. Es gibt neue Möglichkeiten für Hintergrund- und Sperrbildschirme, aber was schöner ist, ist, dass man was eingepflegt hat, was sich beim Bereich Erinnerungen ansiedelt, was leider nicht so schön ist. Microsoft hat es immer noch nicht geschafft, ihre eigene To-Do-App da zu integrieren. Liebe, liebe Microsoft, macht das endlich und vor allem bringt mir eine To-Do-App auf mein macOS. Das Teil möchte ich da auch noch haben, dann habe ich es überall endlich zum Nutzen. Bei Skype hat man auch etwas eingeführt, was schon länger eigentlich, ja, standardmässig ist und die Mac-Nutzer, seit sie iMessage haben, wissen sie es oder kennen sie es nicht anders. SMS und iMessage sind verschlüsselt. Besser gesagt, zumindest die iMessage sind verschlüsselt, wenn ihr die verschickt. Bei Threema etc. haben wir das schon lange nachher auch, oder kurz darauf nachher auch nachgeholt. Bei, wo haben wir noch, Wire gibt es das eigentlich schon seit Beginn, das ist ja da Standard. Und WhatsApp hat es als einer der letzten dann schlussendlich auch noch nachgeführt und jetzt eben ist auch Skype dran. Leider aber auch jetzt, heute bin ich ein bisschen in diesem Leider-Aber-Modus drin, das Ganze gibt es noch nicht für alle, nämlich nur für die Insider-Nutzer, also die Vorab-Tester, die Beta-Nutzer, aber schon mal ein Ding, was ja immer, wenn es da drin ist, später auch final kommt. Somit, wir dürfen uns freuen, bald schon auch verschlüsselte Skype-Gespräche zu führen. Zumindest Text. Ich glaube, Audio haben sie noch nicht angedacht. Aber wenn das anders sein sollte, bitte via Kommentare oder Social Media einreichen, ihr lieben Windows-Nutzer. Dann kommen wir zu einem Gerät, was mich in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich bin ja sehr fleißig auf Indiegogo und auf Kickstarter unterwegs und entdeckte immer wieder mal Lustiges und Kurioses. Da gibt es jetzt neu eine Smartwatch. Wow. Nichts weltbewegendes. Gibt es ja zu tausend. Aber eine riesige Smartwatch. Wenn man die ein bisschen genauer anschaut, die kann man rausdrehen quasi aus der Halterung, also aus dem Armband raus. Dann falten sich so zwei Dinge raus und dann hat man ein Telefon in der Hand, was eine 360-Grad-Kamera drin hat und alles mögliche andere lustige noch. Der Hersteller dieser oder der Kickstarter, der Kampagnenführer hat mich informiert. Das Ganze wird starten am 31. Januar. Bis dann bleibt es euch, einen Beitrag, den ich geschrieben habe, für den Pogipsi.ch-Blog anzuschauen und das Video, was da drin integriert ist, anzuschauen. Lasst mich mal wissen, wie ihr das teilfindet. Also vor allem das mit der 360-Grad-Kamera und mit dem Akku-Aufladen finde ich sehr speziell. Und ja, bin gespannt, wie das Teil wird. Oder wenn es kommt, besser gesagt. Von Kuriosen gehen wir weiter zu Kuriosen. Wir hatten es letzte Woche über den Twitter-Account schon ein bisschen zu neuen, smarten, ja, Bekleidungsstücken, genauer gesagt, unterwäschen. Damals, da war es ein BH. Genau, jetzt ist es Unterhosen, die smart sind. Zum einen wollen die erkennen, wie es euch geht. Zum anderen möchten die auch oder werden die auch eure Musik abspielen. Da sind Sensoren und solche Dinge verbaut. Da bin ich immer ein bisschen heikel, wenn es da, ja. Witzig ist das Teilchen, was da dran ist, so wie ein Fitbit. Mit dem, den könnt ihr abknipsen und auf eine, ja, Ladefläche legen. Kontaktloses laden. Also müsst ihr nicht irgendwo einstecken und machen, sondern einfach kontaktloses aufladen und dann geht es wieder weiter mit dem munteren Erkennen, wie es euch geht und eure Musik abspielen mit Spotify. Strange, strange. Aber was es nicht alles gibt, muss man austesten, solche Dinge. Dann gibt es wieder mal einen super Titel. Angriff auf die Apple Watch. Die Apple Watch ist ja noch nach wie vor das führende, wearable, sprich das führende, die führende Smartwatch, die verkauft wird und wurde. Und da gab es vor, juhu, zwei, drei Jahren war es jetzt, glaube ich, schon her, mal ein Kickstarter-Projekt. Da ging es darum, um ein modulares System, quasi man hat die Uhr, man hat ein normales Armband, aber dann konnte man das Armband erweitern mit GPS-Modul, mehr Akku und so weiter und so fort, Thermometer und so weiter. Und das Teil ist jetzt zumindest an der CES offiziell vorangekündigt worden, dass sie es jetzt doch endlich schaffen sollen, auf den Sommer damit live zu gehen. Die Uhr selber, 260 Dollar, klingt günstiger, zumindest als eine Apple Watch, aber eben, aber, wenn man die ganzen einzelnen Teilchen dazu kauft, kommt man auf einen Apple Watch-Preis. Natürlich hier die Möglichkeit nachzurüssen, später mal irgendein SIM-Karten-Modul sei angedacht oder der zusätzlichen Akku, zusätzlichen Speicher etc. Aber wie wir ja von anderen solchen Zusteck- und Zusammensteck-Dingen wissen, das klappt leider niemals so richtig. Dennoch, ein Test darf es nicht ausschlagen, oder darf man nicht ausschlagen. Ich werde mal schauen, ob ich mir das ein bisschen genauer angucken werde. Oder auch nicht. Wie auch immer. Bei Google gab es ja letzten Sommer einen grossen Aufschrei. Da wurde bekannt, oder da haben sich mehrere Leute darüber geäußert, dass die Google-KI hinter der Bilderkennung nicht ganz so smooth ist, wie man denkt. Es konnte zum Beispiel nicht unterscheiden zwischen einem Schimpansen, Affen, Gorilla etc. und einem dunkelhäutigen Person. Damals hat Google ziemlich drastisch reagiert und einfach beide Kategorien aus dem Katalog rausgeschmissen. Und jetzt hat man bei Mashable, war das glaube ich, zumindest drüben in Amerika, genau, einen neuen Testlauf durchlaufen lassen, bei Wired war es genau. Die haben unter anderem 40.000 Bilder in die Datenbank reingehackt und dann schlussendlich noch 10.000 Bilder mit Menschen obendrauf. Es hat nicht geklappt. Sprich, die beiden Kategorien sind nach wie vor nicht drin. Heisst, Google hat es bis jetzt nicht hinbekommen, das Ganze zu fixen. Eigentlich sehr unschön für so einen grossen Konzern und ja, mit den Möglichkeiten, die die da haben. Hoffen wir doch, dass sie das auf die Google I.O. hinbekommen. Dann hat jemand, lieber Analyst, wieder mal ein bisschen im Topf gerührt, ein paar Zahlen rausgeschüttet und dann darauf ein paar Statistiken erstellt. Man hat, oder eher hat herausgefunden, der liebe Analyst, dass Apple zwar deutlich weniger, um die Hälfte, an Apps verkauft über den Play Store. Logischerweise, es gibt ja irgendwie nur einen Bruchteil an iOS-Devices im Gegensatz zu Android. Aber man verdient fast doppelt so viel an den Apps, an den In-App-Verkäufen etc. Das sind schon heftige Zahlen. Da gibt es noch zwei, drei mehr solche Zahlen in die Richtung. Natürlich alles eben, wie gesagt, ein Topf, viele Zahlen und einem kräftig rühren. Aber dennoch, ja, vor allem, was mich beeindruckt hat, aber das bestätigt mich auch immer wieder mal das eigene Ding, wenn ich nämlich eine App auf iOS kaufe und dann für Android, ist es vielfach so, dass die Apps bei Android fast die Hälfte kosten. Und ja, damit die Zahl doch noch deutlich eindrücklicher, wenn man das bedenkt. Zu guter Letzt gibt es wieder mal, und das gibt es ja jedes Jahr, wenn die CES stattfindet, Apple ist da ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht dabei und ist sich dem auch treu geblieben. Aber natürlich sind gewisse Apple-Mitarbeiter da immer am rumkurven und auch das eine oder andere Gespräch führen. Und anscheinend, auch hier wieder mal Gerüchteküche, Bloomberg News will herausgefunden haben, dass sich Apple mit konkreten Gesprächen an die Argument Reality-Fraktion gewandt hat. Man weiss ja, dass Tim Cook schon länger sagt, dass diese Brillen eine Zukunft haben, aber die doch noch zwei, drei Jahre Entwicklungszeit benötigen. Somit orakelt man ja, dass Apple bis 2020 damit kommen wird. Und ja, mal schauen, was die Gespräche, Anführungs-Schlusszeichen, bewirkt haben. Und wenn wir das erste Mal dann so eine Brille aus dem Hause Apple finden. Das waren die heutigen News, die ich euch zusammengetragen haben konnte rund um unsere Geek Talk Daily Folge. Es hat mich gefreut, euch heute Morgen begleiten zu dürfen und ich freue mich, euch die ganze Woche noch weiterhin begleiten zu dürfen. Und noch einen kleinen Schlusshinweis. Diese Folge wurde euch übrigens gesponsert von Acer Swift Series. Einen ausführlichen Testbericht zum Acer Swift 7 findet ihr auf www.pokipsi.ch In diesem Sinne besten Dank fürs Reinhören. euch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.